Es ist Samstag, 19.25 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen. Bei meinem lieben Kollegen Chris waren am Mittwoch 10 Millionen Euro im Jackpot bei Lotto6 aus 49. Die hat aber keiner gewonnen. Und deshalb ist er schön weiter angewachsen und ich kann Ihnen heute 14 Millionen Euro bieten. Deshalb wollen wir auch sofort starten. Wir haben die Kugeln und Ziehungsgeräte schon ordnungsgemäß überprüft und los geht's mit der neuen Runde. Viel Glück! Der Jackpot ist nun schon zum fünften Mal in Folge nicht geknackt worden. Und Sie wissen ja, er darf bis zur zwölften Runde anwachsen und muss dann zwangsausgeschüttet werden. Aber bevor wir dorthin kommen, kommen wir jetzt erstmal zur Lottozahl Nummer 1. 10 heißt sie heute. Und sollte es dann tatsächlich zu einer Zwangsausschüttung kommen, dann würden Ihre Gewinnchancen steigen. Aber das ist ja jetzt erstmal Zukunftsmusik. Das ist Lottozahl Nummer 2. Die 6. Und bleiben wir mal bei den Fakten von der letzten Ziehung. Am Mittwoch gab es nur einen einzigen Sechser. Und der glückliche Tipper aus Pforzheim konnte damit 937.000 Euro einstreichen. Lottozahl Nummer 3 ist auch die 3. Und Sie haben heute dreifache Möglichkeiten, Millionär zu werden. Vielleicht knacken Sie den Jackpot und werden 14-facher Millionär. Oder Sie haben einen einfachen Sechser und werden einfacher Millionär. Und hier die vierte Zahl, die 24. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit durch unsere Zusatzlotteriespiel 77. Da ist der Jackpot unberührt geblieben am Mittwoch. Und angewachsen auf 2 Millionen. Also auch da könnten Sie Millionär werden. Und hier die fünfte Glückszahl im Reigen, die 37. Dann haben wir noch die Super 6. Und da gab es vier Tipper, die abgeräumt haben. Je 100.000 Euro gehen nach Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Und hier kommt Lottozahl Nummer 6. 47. Schauen Sie noch mal kurz auf die aktuellen Gewinnzahlen. Und ich gebe Ihnen jetzt den Schlüssel zum 14 Millionen Euro Glück. Das ist nämlich hier unsere Superzeit. Ziehung frei. Da rollen Sie. Und diese Kugel entscheiden heute über 14 Millionen Euro. Schon Wahnsinn. Also insgesamt haben wir 39,12 Millionen Euro in der Ausspielung. Und präsentieren Ihnen jetzt die Superzahl im Samstags-Lotto. Eins. Und damit Sie stets den Überblick bewahren, kommen hier alle Zahlen noch mal in die richtige Reihenfolge sortiert. 3, 6, 10, 24, 37, 47. Superzahl 1. Für alle, die bei den Zusatz-Lotterien mitgespielt haben, wird es jetzt spannend. Die Gewinnzahlen haben wir ja schon im Vorfeld zur Live-Ziebung ermittelt. Und hier sind sie. Spiel 77, 7, 0, 76, 0, 82, Super 6, 9, 0, 98, 5, 0. Alle Gewinnzahlen und Quoten finden Sie selbstredend auf lotto.de. Und das war auch schon unsere letzte Lotto-Ziehung im November. Ich bin gespannt, ob die 14 Millionen Leute an den Mann oder auch an die Frau gebracht werden konnten. Wenn nicht, dann nehmen wir Sie einfach mit in den Dezember zur nächsten Ziehung am Mittwoch um 18.25 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut und haben Sie einen schönen ersten Adventmorgen. Tschüss!